Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst einleitend kurz Bezug nehmen auf die Ankündigung eines Unternehmens der Solarbranche, heute Morgen die Fertigung aus Deutschland hinaus zu verlagern. Dazu ist anzumerken, dass aus der Solarbranche heraus viele, gerade jüngere und auch innovative Unternehmen, die Vorschläge dieses Unternehmens zur Standortsicherung sehr, sehr kritisch sehen, dass man europäische Resilienz im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiger gestalten kann. Daran werden wir Freie Demokraten mitarbeiten, aber so, dass dann wirklich eine ganze Branche davon profitiert. Lassen Sie mich auf den Antrag der CDU-CSU zur Bioenergie nun zu sprechen kommen. Und aus ihm einen Satz zitieren, dem ich in der Tat nur zustimmen kann. Sie schreiben da nämlich, dass Deutschland heute in Europa führend ist in der Produktion und Anwendung von Biogas und Biomethan. Im nächsten Satz sagen Sie dann, dass die Bundesregierung das ganze Thema aber total stiefmütterlich behandelt. Sie merken vielleicht, dass so im Sinne der Logik diese beiden Sätze ein bisschen auseinanderklaffen. Kann sich jeder sein Teil dazu denken. Ich glaube, wir sind nämlich in der Tat führend. Des Weiteren zeichnet sich Ihr Antrag dadurch aus, dass Sie mal wieder so ein bisschen in der Vergangenheit rumrühren und die tatsächliche Entwicklung die ein oder anderen Bedenken schon wieder eingeholt hat. Ich darf noch mal daran erinnern, bei den Erlösabschöpfungen, bei den Maßnahmen, die wir unter Kriegsbedingungen hier ergriffen haben, um die Energiepreise für Betriebe und Privathaushalte im Land zu stabilisieren, da haben wir eine Lösung gefunden, der dann die Bioenergiebranche auch zugestimmt hat. Man muss einfach nur mal mit den Leuten reden. Dann kriegt man ein ganz gutes und auch wahrhaftiges Feedback. Des Weiteren lassen Sie sich noch darüber aus, was angeblich im Gebäudeenergiegesetz für die Bioenergie alles schiefgegangen sei. Ich kann nur sagen, wir Freie Demokraten haben dafür gesorgt, dass es für Heizen mit Biomasse ganz großartige Perspektiven in diesem Lande gibt. Auch da empfiehlt es sich, einfach mal mit Heizungsbauern Land auf, Land ab zu sprechen, die mir mittlerweile sagen, hey, ihr habt mit dem Heizungsgesetz, mit dem Wärmeplanungsgesetz und mit der Förderung jetzt ein Paket geschnürt, sodass wir wieder zu unseren Kundinnen und Kunden gehen können und in der Tat sie für die Lösung beraten können, die am besten zu ihrem Haus passt. Funktioniert also. Des Weiteren knüpfen Sie Ihre Aufforderungen an die Bundesregierung ja tatsächlich, an den Hinweis, es solle bitte alles im Rahmen der bestehenden Haushaltsmittel passieren. Das finde ich anerkennenswert. Aber was dann folgt, passt damit schon wieder nicht zusammen. Sie sprechen sich beispielsweise für die Anhebung von Geburtshöchstwerten an, für zusätzliche Flexibilitätszuschläge und unter Umständen auch kostenträchtige Quotierungen. Genau diese Ansätze sind es, von denen wir mal fundamental wegkommen müssen. Warum? Weil sie gerade die Landwirtinnen und Landwirte, die in diesem Bereich tätig sind, genau in dem dauerhaft halten werden, wovon wir wegkommen wollen, nämlich in einer gängelhaften Übersteuerung. Das ist das Gegenteil von unternehmerischer Freiheit, die wir für unsere Landwirtinnen und Landwirte, die im Bereich der Biomasse tätig sind, mal wieder ganz neu entfalten müssen. Wie wir das tun können, dazu will ich auch sagen, gibt es in Ihrem Antrag einige Ansätze, die in der Tat auch sehr diskussionswürdig sind. Also beispielsweise bei der Kraft-Wärme-Kopplung die Bioenergie noch mal stärker einzubinden. Ich finde auch den Hinweis interessant, Bioenergie in die Carbon-Capture-Storage-and-Usage-Strategien mal einzubinden. Da gibt es vielleicht auch ganz interessante technologische Ansätze, und dass Sie auch dazu raten, keine Nutzungskaskaden vorzuschreiben. Da kann ich aus Sicht der Freien Demokraten sagen, ja, gute Ansätze, aber lassen Sie uns das doch noch weiter denken. Wir müssen grundsätzlich mal wegkommen von diesen Förderungen, die vorwiegend auf Betriebskosten oder Ertragsunterstützungen abstellen. Investitionsförderungen sind das bessere Instrument. Und ganz kurz noch, ein paar Sekunden sind noch drauf, lassen Sie uns auch daran gehen, die Kraftwerksstrategie so zu weiten, dass wir in einem klugen Design von Kapazitätsmärkten, wirklich der Biomasse die Möglichkeiten eröffnen, die sie zweifellos hat. Und dann wird es auch ganz neue Ertragsmöglichkeiten für Landwirtinnen und Landwirte schaffen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.